Das verdient meine Schule! Einfach nur Kackmedaille! Also Jean, du hast gegen ein Werbeplakat für Shampoo-Randallier. Wenn ich also gegen ein Werbeplakat randalliere, dann ist das meine persönliche Art und Weise, aufrecht dazustehen. Dem gesamten Universum ins Gesicht zu sagen, fuck you! Ich bin schon schön. Wir veranstalten Schulwahlen. Jean, du kandidierst als Schülersprecherin. Entweder das oder eine Woche nachsitzen. Hast du schon mal geträumt, dass du die Erde geschenkt bekommst und sie ist tot? Mindestens einmal pro Woche. Aber ich bin mir nicht so sicher, dass das nur ein Traum ist. Es brennt! Unser Haus brennt! Und wenn wir nichts tun, dann verbrennen wir mit. Heute Morgen hatte ich den Entschluss gefasst, in dieser radikalen Zeit etwas Radikales zu tun. Jean Couto, es ist wichtig, dass es dich gibt. Wie ist das auch wirklich, dass es einen Rundfunk beträgt? Und wenn ich mit dem Rundfunk beträgt, dann bin ich so älter. Und ich wünsche euch als Rundfunk-Rundfunk. Oder ja, ob ich das nur ein Rundfunk beträgt. Ich würde mich nicht dagegen für die Rundfunk. Also, wenn ich so sicher bin, wenn du die Rundfunk beträgt. Wenn ich so etwas wäre, würde ich aber einfach nur, was sie zu warten? Ich würde ja nicht überprüfe, sondern sie in die Rundfunk beträgt. Vielen Dank.